Jetzt geht es los mit dem Video viel Spaß! Tschüss Beach Hotel, bye bye Cornwall! Jetzt fahren wir sechs Stunden bis zum B&B. Okay Mama! Wann sind wir endlich da beim B&B? Gleich mein Schatz, nur noch fünf Minuten. Okay Mami! Wir sind da beim B&B! Endlich! Jetzt gehen wir rein! Hallo! Da seid ihr ja! Ja, wir hatten keinen Stau! Super! Das freut mich! Hier ist der Schlüssel für euer Zimmer! Danke Familie! Kommt, wir regieren auf unser Zimmer! Ja! Ja, wir kommen! Ja! 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 Das war der Schlüssel! Ja! Danke, um 8 Uhr Frühstück, okay? Jo, ist okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier bin ich wieder. Gute Nacht euch allen. Ja, gute Nacht. Können zum Frühstück runter. Super. Kinder, hier sitzen wir. Okay, verstanden, Mama. Guten Morgen, hier ist euer Frühstück. Hmm, lecker Pupsbohnen. Ja, stimmt. Hier, Monika, das Geld. Danke, euch eine gute Fahrt nach Blumerichs. Danke, tschüss. Jetzt fahren wir auf die Fähre. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Geht bitte alle nochmal aufs Klo, wir sind gleich da Fertig, Hände waschen Ah, schnell weg, ich hasse Handrock mehr Jetzt fahren wir 5-6 Stunden und sind dann zu Hause Okay, super Mama Juhu, wir sind da, hoffentlich war der Postbote häufig da Bestimmt war er häufig da Hereinspaziert Cool, ich habe von Steffi und Sona Post bekommen Und ich von Lara Und ich habe welche von Emma bekommen Das freut mich ihr 3, Papa und ich haben nur Rechnungen bekommen Hallo zusammen Das war's schon mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Schön, dass die Schmuckkörbchens die lange Fahrt von England nach Deutschland nach Blumeryskot überstanden haben Wir sehen uns nächste Woche Vor einem neuen Video Tschüss Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben Und lasst uns ein Abo da Bis zum nächsten Mal